So if I can get you all just to do that for me? Freude und Erleichterung in den Straßen von Edinburgh. Erstmals seit 2019 findet das berühmte internationale Fringe-Festival in Schottland wieder in vollem Umfang statt. Mit KünstlerInnen aus fast 60 Ländern und mehr als 3000 Aufführungen. Allerdings ist die Teilnahme auch mit hohen Kosten verbunden, unter anderem wegen der teuren Unterkünfte. Wir mussten eine Menge Geld auftreiben, um unsere ziemlich große Truppe hier unterzubringen. Das war ziemlich anstrengend. Ich denke, dass sich die Stadt schon ein bisschen mehr engagieren und den Künstlern unter die Arme greifen könnte. Das wäre sehr schön. Die Unterkünfte sind unglaublich teuer. Dafür muss man schon ziemlich viel Publikum zusammentrommeln. Wenn nicht, wird die Inszenierung zum Verlustgeschäft. Das Festival feiert sein 75. Bestehen. Präsidentin ist die britische Schauspielerin und Drehbuchautorin Phoebe Waller-Bridge, bekannt aus der Serie Fleabag. Bis zum 29. August in der schottischen Hauptstadt.